Es gibt bestimmte Themen, mit denen Klienten zu mir kommen, es gibt aber auch bestimmte Typ-Menschen, die zu mir kommen. Ja, es gibt so große Kategorien, wo ich sagen kann, okay, viele Menschen, die zu mir kommen, sind Experts, die im Ausland leben und deswegen sich für die Online-Beratung entscheiden, weil es vor Ort keinen Therapeuten ihre Sprache gibt oder Menschen, die das Haus nicht verlassen können aus unterschiedlichen Gründen und deswegen vor Ort nicht zu einem Therapeuten gehen können. Aber neben diesen großen Kategorien gibt es auch unterschiedliche Erwartungshaltungen und Vorerfahrungen, mit denen Menschen zu mir kommen. Ganz viele haben noch nie mit einem Psychologen gesprochen oder mit einem Psychotherapeuten, waren noch nie in Behandlung und sind da ganz neu und haben noch gar keine Ahnung, was auf sie zukommt. Andere haben schon viele Erfahrungen gesammelt und wissen genau, was sie wollen oder haben eine genere Vorstellung davon, was auf sie vielleicht zukommt. Dann gibt es Menschen, die sehr ungeduldig sind, die am liebsten schon morgen ein komplett neuer Mensch sein möchten und die ich meistens erst mal enttäuschen muss, indem ich ihnen erkläre, dass ich keine Wunderpille habe und dass auch nicht in zwei Gesprächen ein komplett neuer Mensch aus ihnen werden wird. Sie haben viele Jahre und Jahrzehnte gebraucht, um der Mensch zu werden, der sie heute sind. Wir werden das nicht von heute auf morgen ändern können. Und gerade diese Menschen, die mit Zeitdruck zu mir kommen, die sagen, ich muss aber aus irgendwelchen Gründen in zwei Monaten komplett anders drauf sein. Ich muss alle meine Probleme gelöst haben. Das kann nicht funktionieren. Natürlich gibt es Dinge, die sich schneller lösen lassen, andere, die länger brauchen. Aber grundsätzlich, wenn man mit dieser Einstellung reingeht in eine Beratung, dass man unbedingt komplett sich verändern muss, alles verändern will und das auch noch unter Zeitdruck und möglichst schnell, dann ist das in den allermeisten Fällen zum Scheitern verurteilt. Und ganz ehrlich, so fange ich auch keine Beratung an. Also ich fange Beratung nur dann an, wenn die Menschen bereit sind, sich auf eine realistische Zeit einzulassen, halbwegs realistische Erwartungen haben oder wir uns da einigen können, dass es sonst so nicht funktioniert. Denn sonst ist die Enttäuschung vorprogrammiert und dann würden diese Menschen rausgehen und sagen, ja, Beratung und Therapie, das bringt doch überhaupt nichts, ich habe es schon mal versucht, das geht doch gar nicht. Und ja, ich möchte aber, dass die Menschen rausgehen mit der Erfahrung, doch, doch, es hilft, es funktioniert. Und dafür ist aber ganz wichtig zu wissen, dass jede Veränderung Zeit braucht. Man muss sich darauf einlassen, man muss kleine Schritte machen. Manchmal macht man auch größere Schritte, aber es braucht einfach Zeit. Es braucht Zeit, sich darauf einzulassen, sich kennenzulernen, sich zu öffnen und dann Schritt für Schritt an Dingen zu arbeiten. Und das geht nicht von heute auf morgen und das geht schon gar nicht unter Zeitdruck. Und wenn man diese Erwartung hat und diese Hoffnung, dass jetzt in zwei Monaten, drei Monaten, wie viel auch immer, man ein komplett neuer Mensch ist, mal ehrlich, ein ganz neuer Mensch wird man wahrscheinlich eh nicht werden. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir in einer Beratung alles verändern können. Insofern bin ich sehr dafür, realistische Erwartungen zu schüren und gemeinsam zu gucken, was ist denn im individuellen Fall machbar, was ist sinnvoll, was sind denn die nächsten Schritte, die nächsten Veränderungen, die wirklich sinnvoll sind, die wünschenswert sind und wie kann man da vielleicht gemeinsam daran arbeiten, das umzusetzen. Aber die, die zu mir kommen, mit der Erwartung in zwei Monaten ein komplett anderer Mensch zu sein, die werden leider sehr schnell enttäuscht werden, noch bevor wir mit der Beratung anfangen.